Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video über moderne Mystik und spirituelle Intelligenz. Ich spreche heute als jemand, der seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig ist und möchte meine Erfahrungen und Kenntnisse mit euch teilen. Moderne Mystik ist ein Begriff, der oft mit Esoterik und Spiritismus assoziiert wird, aber in Wirklichkeit geht es darum, eine tiefere Verbindung mit unserem inneren Selbst herzustellen und uns mit den höheren Ebenen des Bewusstseins zu verbinden. Es geht darum, die Welt um uns herum mit neuen Augen zu sehen und uns bewusst zu machen, dass es mehr gibt als das, was wir mit unseren physischen Sinnen wahrnehmen können. Eine wichtige Komponente von moderne Mystik ist spirituelle Intelligenz. Das bedeutet, dass wir uns auf unsere innere Weisheit und unser inneres Wissen verlassen und uns von unserem Ego lösen müssen. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Gedanken und Emotionen unsere Realität formen und dass wir die Macht haben, unser Leben selbst zu gestalten. Um spirituelle Intelligenz zu entwickeln, müssen wir uns Zeit nehmen für Meditation, Achtsamkeit und Reflexion. Wir müssen unsere Gedanken und Emotionen beobachten und lernen, sie zu kontrollieren. Wir müssen auch lernen, unser Ego loszulassen und uns auf unser höheres Selbst zu konzentrieren. Die Entwicklung von moderner Mystik und spiritueller Intelligenz können wir ein erfülltes Leben führen. Wir können uns mit unserem wahren Selbst verbinden und bewusst sein, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und unsere Bestimmung finden werden. Ich hoffe, dass ihr aus diesem Video etwas gelernt habt und inspiriert seid, euch auf dem Weg der modernen Mystik und spirituellen Intelligenz zu begeben. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.